Okay Leute, da wären wir wieder zu einer neuen Folge von Minecraft Infinity und ich befinde mich ja wieder an der gleichen Stelle, wo ich mich ausgelockt hatte letzte Folge. Das ist natürlich wieder ein Zeichen dafür, dass ich zwischendurch nichts geschafft habe, allerdings konnte ich mir mal Gedanken machen, und zwar als ich ein Video kommentiert habe neulich von Rietze. Nämlich die Folge 15 war, soweit ich weiß, von Minecraft Infinity bei ihm. Da ist mir eingefallen, dass ich doch auch, um eine Verbindung herzustellen zwischen den Städten, noch ein paar konkrete Bauwerke hier zum Beispiel hinsetzen könnte. Und zwar eine Idee war ein klassischer Holzklotz, damit das auch mal im Projekt vertreten ist, denn wenn wir hier schon ein unendlich laufendes Projekt haben, was mittlerweile seit viereinhalb Jahren sich hält, darf das eigentlich nicht fehlen. Ich wundere mich, warum bis heute ich überhaupt noch nicht auf die Idee gekommen bin, da was zu machen. Deswegen denke ich, das wird höchste Zeit, und ansonsten ist mir eingefallen, dass ich ja noch ein paar öffentliche Gebäude hier reinklatschen könnte. Also sowas wie das Gericht, aber ich weiß gar nicht, ob wir hier ganz normal über Structure Blocks das einfügen können. Doch das müsste funktionieren, das gibt's ja hier schon vom Feature her. Ganz so rückschrittlich sind wir zum Glück nicht, was die Version angeht, auch wenn ich neulich noch erwähnt habe, naja, wir haben schon ganz schöne Einschränkungen, doch das hier ist zum Glück vorhanden alles. Und da kann ich schön mir das auf Aternus hochladen, was ja mittlerweile auch über den File Manager geht, der dorthin zugefügt wurde seit ner ganzen Zeit. Und dann würde ich das hier einfügen. Also easy. Ich muss nur ne Fläche dafür auserkoren, zum Beispiel da hinten, oder naja, ich würde schon hier ganz gerne in der Nähe was nehmen. Jetzt ist natürlich die Frage, also das wäre eigentlich das Beste sogar für so ein Gericht, denn da haben wir mal genug Platz und es würde nicht so gequetscht wirken. Natürlich ist auch hier hinten denkbar, aber eigentlich möchte ich hier mir noch frei halten, falls da irgendwas anderes später entstehen soll. Ich habe auch überlegt, ein paar größere Farmen hier aufzubauen, dass wir das Zuckera-Feld zum Beispiel ordentlich erweitern in die Richtung oder auch dahin und eventuell ne Weizenfarm, irgendwas anderes noch hier hin klatschen. Das wäre also besser geeignet. Hier drüben ist dann eben so ne Fläche, naja gut, das ist ja eigentlich der Startpunkt. Hier ist der Spawn an sich, naja, es passt aber schon vom Thema auch. Dass wir vielleicht direkt daneben das Gericht hinhauen, eventuell auch erhöht, also auf dem Level können wir ruhig bleiben, dann geht es eben hier über so ne Art Treppe hinauf. Hier hinten ist natürlich die Frage, wie wir das gestalten, ob das einfach so bleibt oder nochmal umgebaut wird, terraformtechnisch. Aber ich würde erstmal nicht so viel auch unmittelbar in der Nähe von den Gebäuden machen wollen, weil schon noch abgebildet bleiben soll, was die Spieler ja hinterlassen haben. Und ich meine, der Cheville hat ja hier eindeutig gezeigt, dass er ein Haus bauen wollte in der Größe und das da auch. Das würde ich dann respektieren wollen, statt direkt daneben irgendwas hinzukleistern. Das passt dann doch eher weniger. Also lieber hier den Bereich nutzen und ich würde sagen, den Holzklotz, ja wo bauen wir den hin, das ist ne gute Frage. Vielleicht hier unten sogar in das Tal, denn dann haben wir echt so ein Bindeglied, dass wir nochmal was stehen haben. Zwischen der und der Stadt, wenn man so will. Eigentlich ist es ja schon eins, nur es soll immer mehr so wirken auch, dass es tatsächlich eine einzige Siedlung ist und nicht mehrere, wo verschiedene Kerne hier sich rausbilden. Ne, ich möchte, dass man vielleicht dann auch was langgezogenes hat, das ist ja nicht so schlimm. Allerdings nicht mit verschiedenen Zentren, wie ich das schon mal erklärt habe, ne, das ist eben nicht meins. Deswegen, ja, hier unten ist ganz gut. Da fangen wir mal an, bevor ich ewig noch rumrede. Ich muss nur schauen, dass ich alles dabei habe dafür, das ist klar. Da habe ich mir vorhin zwar schon einen ordentlichen Vorrat ins Inventar gepackt, allerdings nicht genug. Und wir haben ja hier noch einige Ressourcen, die wir nutzen können und sollten. Und in dem Sinne gehen wir jetzt hier mal endlich in Game of Survival und ich muss schauen, von wo aus soll man reingehen können. Ich denke mal, hier die Stelle ist schon mal für die Ecke ganz gut und dann machen wir mal so und da kommt die Tür hin, oder? Ja, letztendlich würde das Ganze bis hier hinten hingehen. Eventuell kann ich es aber auch noch verschieben. Ja, komm, damit ich nicht so wenig Platz habe da vorne und einen schöneren, breiten Weg bauen kann, mache ich den ruhig bis hier hinten. Das heißt, wir verschieben den ganzen Rest hier. Naja, dann baue ich von vorne ab, genau. Und dann bin ich gespannt, ob ich das heute auch in so einer Geschwindigkeit bauen kann wie sonst. Denn ich habe ja schon ganz schöne Übungen darin und bin schneller geworden durchaus. Wenn ich mir anschaue, was zum Beispiel in Holzklotz 3 so los ist, wo ich ja jede Folge einen neuen hochgezimmert habe. Neulich habe ich sogar vergessen, vor lauter Eifer zu zeigen, dass der Kirschholzklotz fertig ist. Werde ich in der nächsten Folge noch kurz erwähnen. Ich habe schon mir überlegt, was ich da wieder mache und werde wahrscheinlich jetzt auch etwas mehr aufnehmen, weil mir das Projekt tatsächlich übelst Spaß macht. Ich weiß auch nicht, woher das auf einmal kommt, aber ich werde in der Folge darauf eingehen, was ich so vermute, warum das solchen Spaß macht. Aber das sehen wir entsprechend dann. Und ich würde mich jetzt erst einmal hierauf konzentrieren, denn ja, wie man sieht, habe ich einige Probleme, mein Inventar leer zu halten. Aber gut, wir haben ja eigentlich auch viele Items, die ich gerade nicht brauche. Zum Beispiel die ganzen Lootbag-Geschichten, das ist alles unnötig. Genauso unnötig übrigens wie diese komischen Bär-Sounds hier. Ey, das riecht mich ja ganz schön auf. Ich glaube, ich stelle hier auch mal gleich die Geräusche aus von den Viechern, denn das kann man sich ja nicht antun, ey. Die ganze Zeit grunzt er hier rum, das geht einem doch extrem auf die Nerven. Und dann stört er auch noch, indem man sich direkt in den Weg stellt. Ich überlege übrigens gerade auch noch, ob es nicht sogar interessant wäre, mal mehrere Holzklötze einzuplanen. Und das heißt, dass ich noch einen aus Birken baue und allen möglichen Holzorten, die es eben gibt. Die Frage ist nur, ob das zu weit führt, denn ich will ja hier nicht schon wieder ein halbes Holzklotzprojekt draus machen. Das soll schon Infinity bleiben, wie es bisher auch war. Nur man kann natürlich so ein bisschen auch mal über die Stränge schlagen und sagen, okay, wenn ich schon mal hier was anfange, dann aber richtig. Und dann mache ich wenigstens die Holzorten, die es gibt in Minecraft durch. Man muss ja jetzt nicht anfangen und irgendwelche Steine und andere Blockkombinationen auch noch durchsetzen, sondern nur das, damit es vollständig bleibt. Also ich empfinde das als eine realistische Idee. Die Frage ist nur, ob ich den Platz auch habe, denn da drüben hin sieht es jetzt nicht so gut aus. Und in die Richtung weiß ich auch nicht ganz, da müsste ich vom Berg einiges entfernen. Aber man könnte zum Beispiel da, weil hier immer die ganzen Birken rumstanden, einen aus Birkenholz bauen. Und dafür die Bäume mal weichen lassen, denn irgendwann sind die da auch nicht mehr so richtig platziert. Da braucht man mal eine Abwechslung oder Änderung. Es sieht so aus, nämlich als würde das vor sich hin wuchern in gewisser Weise und das muss ja auch nicht sein. Und eine Sache wollte ich auch noch sagen, ich möchte nicht unbedingt, dass das hier jetzt wird wie in Hypixel Skyblock. Da habe ich ja auch angefangen, Holzklötze zu bauen, allerdings nur aus langer Weile so richtig, weil mir eben keine wirkliche Beschäftigung einfällt, was ich in dem Projekt machen soll. Das ist eben auch schwierig zu gestalten. Also Hypixel Skyblock setze ich mich eben nicht so gerne auseinander. Was ich ja öfter bereits angesprochen habe in den Folgen dort. Und deswegen ist es da eben noch okay, wenn ich stattdessen Holzklötze random hinklatsche. Aber hier müssen wir es damit nicht unbedingt übertreiben. Deswegen weiß ich nicht, ob das eine gute Idee ist mit den anderen Holzsorten. Vielleicht mache ich auch nur noch Birke und dann reicht's. Das wäre ja auch ein Kompromiss, dass man jetzt nicht auf Teufel komm raus sechs Gebäude hier vertreten hat, die genau gleich aussehen im Endeffekt. Das muss nicht unbedingt sein, wie gesagt, weil die Umgebung es auch nicht wirklich hergibt. Und deswegen werde ich mir das nochmal überlegen. Ich hoffe, dass ich demnächst endlich zum Streamen erneut komme. Da könnte ich mir mal gut Gedanken machen über solche Themen und nebenbei auch an anderer Stelle noch vorankommen. Vielleicht wäre eine Idee, dass ich da direkt das Gericht einfüge zum Beispiel. Das sollte relativ gut gehen, obwohl ich gar nicht weiß, wenn der Server läuft, ob ich dann ein Datapack einfügen kann und das bei Aternos ordentlich funktioniert. Bei Nitrado ging's neulich. Da hab ich's probiert und da war's auch ein Datapack. Hier meine ich natürlich nur diese Strukturdatei. Das ist ja wieder was anderes und auch ein eigener Dateityp. Deswegen ist es nicht unmittelbar vergleichbar, aber wahrscheinlich nach einem ähnlichen Prinzip. Naja, aber man merkt ja auch, dass Aternos nicht dasselbe wie Nitrado ist. Deswegen muss man jetzt hier unbedingt auch austesten. Und kann nicht sagen, dass das auf jeden Fall genauso funktionieren wird wie bei dem anderen Anbieter. Es gibt ja schon deutliche Differenzen insgesamt. Ich bin ja gespannt, was Ritze noch dazu sagen wird. Ob er das feiert oder er denkt, nee, lass mal, muss nicht in dem Projekt sein. Allerdings ist es wahrscheinlich schon eine lustige Sache auch. Wenn ich mich richtig erinnere, hatten wir sogar irgendwann mal gesagt, dass ich hier einen natürlich generierten Holzklotz einfügen soll. Irgendwo im Berg oder so versteckt wie damals in TinyCL 7, glaub ich. Da war das ja auch immer so ein Running Gag. Dass der überall plötzlich gespawnt ist mit der Zeit, weil ich damals verschiedene Dinge in Structure-Blöcke gespeichert hatte. Wie auch mein Haus, um es vor der Zerstörung zu schützen. Die ständig darüber hereingefallen ist. Und naja, vielleicht könnte man das hier auch integrieren. Dass ich den mal kopiere und irgendwo hin. Aber naja, das muss jetzt nicht sein. In nächster Zeit. Das wäre nur vielleicht langfristig eine Art Gag. Allerdings würde ich jetzt erstmal ein Thumbnail für diese Folge machen, damit ich gleich beenden kann. Ich habe nämlich nicht mehr allzu viel Zeit hier zum Aufnehmen. Aber ich denke, es ist eine interessante Folge geworden. Warum nicht? Ohne mich jetzt wieder selber loben zu wollen. Aber ich finde, es ist auf jeden Fall besser, als wenn ich zum Beispiel die zehnte Folge hintereinander am Terraform bin. Natürlich ist hier noch lange nicht alles fertig. Ich will Wege platzieren, dass der ordentlich angeschlossen ist zum Beispiel. Und dann muss ich mir überlegen, wie wir generell hier alles andere machen. Aber ich glaube, heute habe ich schon mal einiges an Plänen aufgestellt für die generelle Umgebung. Und in dem Sinne bin ich raus. Danke fürs Zusehen. Bis später und Tschüss.